Du bist arbeitslos und möchtest dein eigenes Unternehmen gründen? Wenn du von der Arbeitslosigkeit in eine Selbstständigkeit wechselst, kannst du während der ersten Monate weiterhin monatliche Zuschüsse von der Agentur bzw. dem Jobcenter erhalten. Für ALG I Berechtigte ist dies bis zu 15 Monate lang der Gründungszuschuss. Dieser wird in zwei Phasen ausgezahlt. Empfänger von ALG II können Einstiegsgeld für ihren Lebensunterhalt und einen Investitionszuschuss für Sachgüter beantragen. Höhe und Zahlungsdauer sind hier Ermessensentscheidung des Sachbearbeiters beim Jobcenter. In allen dieser Fälle benötigst du für die Beantragung neben ein wenig Fingerspitzengefühl und den passenden Argumenten einen gut ausgearbeiteten Businessplan und eine fachkundige Stellungnahme. Mit der richtigen Vorgehensweise erreichen wir eine sehr hohe Bewilligungsquote. Bei der Erstellung eines Businessplans und der optimalen und individuellen Vorbereitung auf deine Selbstständigkeit helfen dir AVGS-Coachings. Diese sind keine standardisierten Seminare von der Stange, sondern 1 zu 1 Einzelmaßnahmen, die genau auf dich und die Bedürfnisse deiner Gründung eingehen. AVGS-Coachings im Umfang von bis zu 75 Stunden werden 100% gefördert. Für dich entsteht maximaler Nutzen bei null Investitionen. Im Rahmen des Coachings erstellen wir die fachkundige Stellungnahme natürlich ohne Mehrkosten für dich mit. Auf arbeitslos-gründen.de erhältst du alle wichtigen Informationen zur erfolgreichen Gründung aus der Selbstständigkeit. Unsere erfahrenen Gründungsexperten beraten dich bundesweit. Am besten du vereinbarst noch heute einen unverbindlichen und kostenfreien Beratungstermin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017